Das hier ist mein größtes RC-Boot. Es ist das Blackjack 42 von ProBoat. Es hat einen fetten, wassergekühlten Motor und Regler verbaut. Damit erreicht man Geschwindigkeiten von bis zu 90 kmh. Der Preis liegt bei 700 Euro und es macht unglaublich viel Spaß. Wasserwheelies sind kein Problem, aber man muss aufpassen, denn fliegen kann es nicht so gut.